UNTERTITELUNG Das heißt, es ist nicht nur unsere Professoren von der Universität, sondern eben auch zum Beispiel Richter vom Europäischen Gerichtshof oder Manager oder Anwälte aus den entsprechenden großen Firmen. Ich glaube, es läuft sowohl auf Englisch, Deutsch und Französisch, wobei es halt auch Vorlesungen gibt. Wir haben ein halbes Jahr die Verpflichtung, ins Ausland zu gehen. Das ist anders als ein anderer. You don't have to sit on the floor or sit outside the room, there's enough space for everybody. You get really excellent infrastructure facilities as a student or as a professor or as a researcher. Ja, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden. One professor actually said, this is paradise. What you don't know What you are You came so far What you came here for Take a stroll along You're going for a song Take a stroll on home But don't go on your own Where you been today You're never You're never